Heute haben wir hier bei PULS 4 in der Elefantenrunde etwas ganz Außerordentliches geschafft. Ich habe alle Parlamentsparteien davon überzeugt, dass wir für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder, die in die Armutsfalle geraten sind, etwas tun müssen. Wir werden das Unterhaltsgesetz gemeinsam ändern, noch wenige Tage vor der Nationalratswahl im Plenum des Nationalrates. Und wir werden dafür sorgen, dass diese Frauen aus der Armutsfalle gerettet werden. Das ist ein toller Erfolg. Das verdanken wir unserer Kandidatin Maria Stern. Und das verdanken wir vielen Frauen, die jahrelang gekämpft haben. Jetzt werden wir es schaffen.